Wüsste Ungarn nicht eigentlich konsequenterweise aus der Europäischen Union austreten? Ungarn hat mehrfach klargemacht, dass man eigentlich ein anderes Europa will, wo das christliche Abendland stärker verankert ist, wo die christlichen Wurzeln gepflegt werden. Das steht, glaube ich, für viele der anderen Mitglieder nicht so im Mittelpunkt. Also man hat immer den Eindruck, dass auf der einen Seite Viktor Orban steht und auf der anderen Seite der Rest Europas. Oder viele verstecken sich hinter Viktor Orban. Wer zum Beispiel? Nein, nein, es geht nicht um Einzelnen. Das heißt, aber warum geht das? Erstens, es ist wirklich, ich weiß, es ist nicht Ihre Position, aber ich kriege viele Aufrufe und E-Mails raus aus der EU mit euch. Warum seid ihr immer noch da? Für euch ist die EU nur Geldautomat und bla bla bla. Und das kommt auch manchmal von Politikerinnen und Politikern. Schauen Sie mal, erstens, wohin Ungarn gehört, ist eine Entscheidung in unserer Geschichte aus dem Jahre 1000. Das ist mehr als 1000 Jahre alt. Das ist mit Deutschland und mit der deutschen Geschichte auch eng verbunden, weil die Ungarnstürme führten dazu, dass 955 auf dem Lechfeld die ungarische Armee eine totale Niederlage erlitten hat. Aber das war dann die Schlussfolgerung unseres ersten Königs von Stefan, von dem heiligen Stefan. Krone aus Rom, Ehefrau aus Bayern. Warum? Weil Ungarn zu dem christlichen Westen gehören will. Und wenn sie jetzt sagen, dass wir anders agieren, nein. Die anderen agieren anders, weil wir daran festhalten wollen, auf den Grundlagen, wie dieser europäische Projekt auf dem Wege geleitet wurde. Und was hat dieser europäische Projekt versprochen? Frieden, Wohlstand, Sicherheit. Und die sind heute in Gefahr. Und jetzt in einer renommierten deutschen Tageszeitung am Samstag, aufgrund des Gipfels in Granada, und was der ungarische Ministerpräsident so ein bisschen krass und kantig, aber so eindeutig und verständlich formuliert hat, er reagierte, und jetzt wird Ungarn die 70 Jahre lange Geschichte der Europäischen Nation zurückdrehen. Nein, wir wollen die Errungenschaften verteidigen und schützen. Guck mal, warum geht es hier in Deutschland heutzutage? Wie, okay, wir brauchen Binnengrenzkontrolle. Nein, wir brauchen Kontrolle der Außengrenzen. Sonst geht Binnenmarkt und Schengen so einfach. Das ist nicht christliches Abendland, wobei, wie gesagt, wir wollen an unserer kulturellen Identität festhalten, das lassen wir nicht wegnehmen. Aber wir sind diejenigen, wir sind nur 2004 gekommen, aber wir sind diejenigen, die das verteidigen und schützen wollen, was die größten Errungenschaften dieser Integration ist. Aber woher kommt dieses Missverständnis? Ist das nur die Sprachbarriere oder sind es nicht ganz unterschiedliche Weltbilder? Nein, ich gehe davon aus, dass er sicherlich dann enorm viel politisches und ideologisches Konfliktpotenzial in sich trägt. Und der ungarische Ministerpräsident ist für viele eigentlich der Schreckgesperst. Nur dieses Wochenende oder die letzten Tage habe ich über ihn gelesen in deutschen Zeitungen. Er ist Brutus der Europäischen Wirtegemeinschaft. Er ist ein Polit-Trampeltier. Er ist Putins Kuscher. Und diese Dinge, permanente, enfant-terrible-Schwarzherrschaft, weil er sicherlich ein Politiker besonderer Typ ist, das ist klar, aber er genießt eine eindeutige Unterstützung der Mehrheit der Ungarn. Und in diesen Fragen stehen die Ungarn hinter ihm, mehrheitlich nicht alle. Wir haben auch eine ganz breite demokratische Palette von Oppositionsparteien von anderen Meinungen. Aber es ist schon mal so, und die Frage ist, ob man bereit ist, darüber zu diskutieren. Weil wenn man mit uns diskutiert, kann man Konsens finden. Aber wenn man versucht, uns unter dem Argument in die Knie zu zwingen, dass dabei um Europa geht, dann sagen, wir sind auch Europa. Sorry. Das ganze Gespräch darüber, warum Ungarn so oft überkreuzt liegt mit den anderen europäischen Ländern, was für ein Gesellschaftsbild dort herrscht und dass man sich oft missverstanden fühlt, finden Sie unter www.news.de.nius. Es ist absolut spannend und es lohnt sich. Mal ein ganz anderer Blick auf Ungarn. Einfach reinschauen.